Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Jetzt ist er durch. Reus trifft. Klasse gemacht, natürlich. Und das kannst du am Ende als Abwehr auch nicht verhindern. Jetzt liegen sie wieder vorne. Es ist verrückt, was sich hier in den letzten Minuten abspielt. Für die Zuschauer ist das natürlich toll. So offensiv ausgerichtet möchte man die Mannschaften gerne häufiger sehen.